Das war gerade der behinderte Depp, wie sowas von Scheiße ist, dass es nicht mehr normal ist. Oh mein Gott, oh mein Gott! Wow! Der Typ da hinten wird auch nicht C&A finden. Wir stalken. Warum ist nicht auf deinen Kopf geflogen? Das soll sogar auf deinen Kopf liegen. Schneller! Schneller! Haha! Das andere ist blöd. Keine Ahnung, das bringt dir noch nicht mal was. Ey, werf mal da oben bei C&A drauf. Das ist ein bisschen wie ein Kopf. Haha! Hahaha! Eww! 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 Eww!